Alter, du meser Penner, ey! Williams, was soll denn die Scheiße jetzt, mein? Jetzt reicht es mir aber komplett, ey! Der ist denn jetzt schon wieder reingefahren? Der ist voll mit Absicht da reingezogen, ey! Meine Fresse, regt mich das auf, ey! Okay, DRS ist jetzt... Da werde ich aber hier ganz wild, hier!